Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie mehr Ruhe und Gelassenheit in Ihr Leben bringen können. Gelassenheit, stark und frei. Sie begegnen Ihren Mitmenschen immer selbstsicherer und gelassener. Ich genieße das Leben. Du fühlst Dich Tag für Tag wohl. Gelassenheit, Lebensfreude und Zuversicht erfüllen Sie mehr und mehr. Missgeschicke und Fehler sehen Sie immer lockerer. Sie spüren in sich Lebensmut, Optimismus, Tatkraft und Zuversicht. Sie vertrauen Ihren unbewussten Möglichkeiten. Erstaunlich, wie gut es Ihnen gelingt, innere Ruhe und Ausgeglichenheit zu steigern. Ich bin mit jedem kleinen Fortschritt zufrieden, der mir dabei hilft, Stress abzubauen oder zu vermeiden. stark und frei stark und frei stark und frei Jede Zelle Ihres Körpers atmet frische Energie und fühlt sich stark und gesund. Sie arbeiten ausdauernd und konzentriert. Mein Körper und meine Seele fühlen sich ausgezeichnet. Mein Unbewusstes ist stark, Du kannst Dich so nehmen, wie Du bist. Sie werden lernen, Ihre Zeit sinnvoller einzuteilen, mehr Freiräume zu schaffen und Ihre Freizeit intensiver zu genießen. Sie können Ihre Wünsche und Bedürfnisse immer deutlicher wahrnehmen und in die Tat umsetzen. Lebensfreude heißt, sich weiterentwickeln, neue Möglichkeiten ausprobieren, alte Gewohnheiten verändern und das Hier und Jetzt intensiver genießen. Ich bin stark und entschlossen. Ich bin stark und entschlossen. Gut, ich bin stark und entschlossen. Stärker werden. Stärker werden. Stärker werden. Stärker werden. Stärker werden. Stärker werden. Untertitelung des ZDF, 2020